hey leute wir sind es wieder xbox pros ich bin der patrick wir spielen heute weiter halo 5 wir haben an der stelle hier aufgehört ehrlich gesagt wir sind aktuell mit master chief und team blue unterwegs was wir suchen weiß ich ehrlich gesagt nicht ich habe irgendwie einen faden verloren auch hier ruhig ist das ein bisschen muss man sich ein bisschen anstrengen ich habe ehrlich gesagt keine ahnung was wir hier machen gehen wir einfach mal durch ach mensch welche überraschung sie wissen aus wie das hat er nicht gesagt also stelle ich mir so ungefähr vor haut sich einfach von der brücke drei etagen tiefer kaputt gemacht ach mensch katana sitzt da unten beantwortet einsam fragen von windows usern wie das wetter morgen wird die vw aktie momentan macht ein paar pilze geschmissen Sie ist ein bisschen schlauer. Da. Die Shotgun? Zwei Schuss brauche ich auch nicht. Gehen wir mal weiter. Das ging ja gut. Das ging ja richtig gut. So lange gibt es denn das bei Halo? Na ja. Na ja. Magnum brauchen wir nicht. Gehen wir weiter. Das sind ja richtig, richtig gute Waffen. Die haben wir weiter gewachsen. Einfach weiter pennen, wenn der andere in die Fresse geboxt bekommt. Das war jetzt nicht so intelligent. Die sind schon mal unsichtbar. Ja. 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 Ich glaube wir sollten nicht in die Richtung gehen. Sie spielen hier übrigens auch beroisch. Ich weiß nicht, dass er mal wieder die letzten Pussy hat. Oh, da geht's. Oh, da geht's. Oh. Jawoll. Jetzt geht ihn los. Granaten einsammeln. Oh. Oh, da geht's. 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 Okay. Ich bin weg! Ich bin weg! Halt! Ich bin weg! Was ist der andere hin? Da ist der Lipp wieder. Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! So! Ich bin weg! Ich bin weg! Flachkabar! Der Reaktor-Rum ist gerade vor. Ich kann diese Füße in der Bult. Kein Verlust für den Covenant. Genau, los geht's! Mein Freude ist Schluss. An der Stelle geht es dann weiter im nächsten Part. Wenn euch das Video gefallen hat, liked's, teilt's. Besucht uns auf Facebook, auf Twitter. Wir sind überall unterwegs. Schaut mal in die anderen Playlists rein. Wir spielen aktuell noch Assassin's Creed und Black Ops 3 nehmen wir gleich noch auf. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim weiteren Parts und bis dahin. Ciao! Schaut mal im communicating Channel! Seid 3 Bis zum nächsten Mal.